Moin Moin liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meiner eventuell letzten Folge. Wir dürfen keine Gnade zeigen. Klar. Konstruktion abgeschlossen. Ja, das sind wahrscheinlich auch wieder Bodentruppen. Ähm. Bin unterwegs. So. Wir gehen da hin. Und eventuell wird das jetzt die letzte Folge werden. Hä? Was? Aha. Alles klar. Ähm. Ja, die letzte Folge von der Imperiumskampagne. Wir haben nur noch zwei Planeten vor uns. Und. Ja. Ich würde sagen. Dass die Rebellion noch am heutigen Tag ganz und gar vernichtet wird. So. Jetzt sind wir auch schon auf den Anflug von Alzog 3. Und. Ja. Nun dann. Lasst uns die Schlacht beginnen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. So. Sehr schön. Gegner nähern sich. Oh. Steuerung. A. Bringt den Todesstern in Reichweite des Planeten. Und zeigt diesem jämmerlichen Aufstand die wahre Macht dieser Kampfstation. Erden. Unsere Startprozesse wurde verschwört. So. Bitte. Greift an. Schön auf den Hangar. Ich würde nicht auch mehr Gegner. So. Schön auf den Hangar. Ja. So. Das Problem aktuell ist wahrscheinlich... Oha. Na los. Zerstört einfach den Hangar. Na los. Schnell. Oh. Vader. Ui. Sehr gut. Gut. So. Die Warrings sind auch dort. Dann bitte auf den Hangar. Steuerung A. So. Damit die Ionenkanone nicht nochmal schießt. Okay. Okay. Schild ist schon zerstört. 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 So, du könntest mal maximale Feuerkraft hier rauf machen. So, STRG A, das da bitte raus, nein STRG A, das da raus. So, macht mal bitte, äh, so, ja, oha, oh Gott, oha, äh, Hä, warum kann ich jetzt nicht noch ein, äh, ah, hä, das hat keinen Sinn ergeben. So, bitte einmal zerstören, lass da bitte einmal zerstören, weil der hat, äh, Feuerkraft auf, so, so, machen wir das hier einmal, so, und volle Feuerkraft jetzt auf den da, dankeschön. Dann das da, oh nein, jetzt ist er doch K.O., egal. Und jetzt wird das da vernichtet. Das da bitte. Jetzt bitte da rauf gehen, dankeschön. Äh, warte mal, da rauf gehen wir mal, bitte. Noch zunächst. Oder? Ja, nee, komm, wir gehen da rauf. Ja, nee, komm, doch, erst mal da rauf, ja. Ja, 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 doch, 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 doch. Aber du, mach bitte das. Dankeschön. Und lassen wir das jetzt bitte einmal ein bisschen schneller laufen. Es dauert mir nämlich mal wieder viel zu lang. Oh, und hier haben wir ja noch richtig gefährliches. Ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Dealer, bitte. Auf Dealer, bitte. Danke. Na los. Äh, ja, gut. Einmal, einmal darauf. Und einmal darauf. Was? Och Mann. So, bitte. Zerstören. Darauf, bitte. Bitte. Angreifen. Und du wirst nicht fliehen. Die Laser wurden zerstört. Dann lass ihr Feuer frei. So, und darauf, bitte. Hey, würdest du bitte jetzt mal zerstören? Danke. Na, du sollst darauf gehen. So, danke. Und jetzt bitte. Steuerung A. Na, bitte. So, danke. Und jetzt bitte. Danke. Äh. Den da noch zerstören. Der kann den Schild noch durchdringen. Achso, gut. Dann, da auf einmal. Oh. Ey. Wirst du wohl drauf gehen? Ich kann dich hier nicht dulden. Der Schwerkraftgenerator wurde zerstört. Ach. Ausgefallen. Noch mehr Gegner. Gut. Äh. Steuerung A. Das da, bitte. Wo ist der denn hin? Keinen Ausweg. Boah, ey. Wo bist du? Da bist du. Tja. Mach mal. Ach Gott. Egal. Ähm. Na. So. Oh, da. Nee. Bitte. Bitte. Mach kaputt. Mach kaputt. Ja. Mach kaputt. Sei so gut. Sei so gut. Treffen wir. Treffen muss gelernt sein. Boah. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? So. Steuerung A. Bitte. So. Steuerung A und... Mensch, jetzt mach mal kaputt hier. Ja? Mach mal schön kaputt jetzt, ja? Keine Gnade, bitte. Danke. Steuerung A. Ja, dann treffen sie euch eben. Ist mir egal. So. Boah, ey. Das gibt es nicht. So viel Scheiße. So. Ja, ich weiß, sag mal nicht. Ich will jetzt, dass sie endgültig vernichtet werden. Unfassbar, dass sie überhaupt noch Mut haben, zu gewinnen. Was? Die Schilde halten das nicht aus? Ernsthaft? Boah. Alter. Nichts... Äh, da. Der kann noch die Schilde durchdringen. Bitte. Angreifen. Und dann den da. Danke. Ähm. Ich befehle euch vernichtet, alle, die sich uns entgegenstellen. Da, bitte. Wie kann es sein, dass die immer noch... Boah, ey. Mach jetzt mal die Scheiße hier. Boah, der lebt noch. So, danke. Und jetzt bitte. Feuer eröffnet. So. Feuern. Boah, ey. Da kommen ja immer mehr von den Viechern. Ich meine, gewinnwertig. Das ist nur eine Frage der Zeit. Boah. Boah. So. Das Problem ist halt, es ist schlichtweg nervig. So. Ja, jetzt werde ich nichts mehr verlieren. Verstanden. Äh, nur die Frage, wie lange wir jetzt brauchen werden noch. Haben wir verstanden. Boah. Jetzt lasst mal schnell laufen hier. Boah. Ey, da haben wir ja noch so einen. So. Und jetzt bitte einfach zerstören, ja. What? Alter, was zur Hölle? So. So. Zerstören. Danke. Was ist das jetzt? So. Das scheint es jetzt auch gewesen zu sein. Äh. Ja, schön. Jetzt ballert mal noch ein paar Stunden da drauf. Oh. Was? Ich kann mich auch noch nicht mal zurückziehen? Oh Gott. Was? Ja, dann fahr doch da nicht durch. Oh. Ja, gut. Vorteil. Ich kann jetzt zwei von denen hier. Ich kann meine Einheitenkapazität erreichen. Zack. Zerstören. Dankeschön. Dankeschön, Sternzerstörer, dass du dich geopfert hast. Das war überlebenswichtig. Boah, ey. Okay, in dieser Folge haben wir es nicht gebracht. Nicht geschafft, äh, zu Ende zu bringen. So viel ist klar. So. Warte. Du. Hey. Danke. Du gehst da ran. Dankeschön. Wurde aber auch Zeit. So. Die Rebellion ist nur noch ein kleines Widerstandsnest. Die vollständige Kontrolle der Galaxis ist zum Greifen nahe. Wie ich es vorher gesehen habe, mein Schüler. Unsere Jahre der Mühe finden endlich ein Ende. Interessant, dass sie noch immer Moff Callust haben. Obwohl eigentlich Moff Callust ja tot sein müsste. Aber egal. Wir werden jetzt, äh, ich werde jetzt die Folge beenden. Und die letzte Folge noch direkt im Anschluss aufnehmen. Es wird nur noch diese eine Schlacht sein. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und, ja, schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei. Oder lasst es bleiben. Abonnieren könnt ihr mich auch sehr gerne. Und, ja, wir sehen uns morgen wieder.